Hey Freunde, yeah, da ist euer Lord wieder, ja, zu Folge 22, würde mir jetzt ein ganz irre, und wir gucken mal hier rein, Hallöchen. Alter, hier, mein Freund, willkommen. Ah, hier ist wieder euer Freund. Sein Name ist Abul-Nukut. Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beleide euch, Alter, hier. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Oh, meine Fähigkeiten, schon klar. Ich habe alle Informationen, um mit der Aufgabe zu beginnen. Ihr arbeitet rasch, sagt mir, was ihr wisst. Abul-Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment potzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Sehr freundlich, mein Freund. Vielleicht meint er das obos ironisch. Und eigentlich hasst er uns genauso wie die anderen auch. Knackenzoll, sleeping very well, mein quietschi Bettgestell. Aber da hat ja gar kein Bettgestell. Attentat auf den Händlerkönig, wenn er bei seinem Fest herauskommt, um mit seinen Leuten zu sprechen. Das hört sich doch gut an. Ist 200 in Felder entfernt, irgendwo hier unten. Schön. Na, dann würde ich sagen, let's go, Freunde. Da dürfen wir wieder mal einen Abschnitt des Gedächtnisabschnitts 4 beenden. Und so nebenbei noch ein paar Kekse backen. So, ich habe mich entschieden, es folgendermaßen zu machen. Ich werde die Flaggen tatsächlich auf Screen sammeln und euch einfach in die Parts. Anschließend danach einfach die Bilder reingeben, wo ihr selbst gucken könnt zur Not, weil... Das ist eben halt einfach nur rumgelaufen. Das ist irgendwie nicht am geringsten interessant. Habe ich mir selbst mal beim Video angucken, ist mir das auch aufgefallen. Aber da dachte ich so, naja, gut, komm. Eigentlich muss das ja auch nicht sein, ne? Wozu? Damit ihr euch ja anguckt, wie ich Flaggen sammle. Ne, das muss nur wirklich nicht sein. Deswegen werde ich das jetzt auf Screen machen demnächst. Und einfach die Bilder, die ich gefunden habe, auf denen man die... Uäh... Njupsch, Kumpel, ganz leise. Ne, das ist mal alarmierst du mal jemanden. Das muss ja nicht sein. So, äh, wo fällst du denn hin, du? Depp. So, da muss ich rein, ne? Haben wir hier irgendwo... Ein paar Gelehrte? Ne. Tja, wie komm ich da rein? War ich da nicht schon mal drin? Da war nochmal ein Aussichtspunkt, oder? Ich weiß nicht, wie da schon mal drin war. Mal gucken, ob es irgendwo eine Eintrittskarte gibt. Oh. Na, Kumpel? Du bist down. Aber so richtig, Mann. Tschüss, Kumpel. Templar eliminiert 15 von 60. Wir haben damit für ein Viertel der Templar erledigt. Das kann man übrigens vielleicht mal onscreen machen, weil das ist ja mal halbwegs interessant. Denn es ist ein Kampf, aber die Flaggen sind halt einfach nicht im geringsten überhaupt interessant. Und deswegen werde ich diese offscreen machen. Wie gesagt, ich werde euch danach in dem, äh, darauffolgenden Parts, wenn ich's gemacht hab, äh, einfach in, äh, die Videobeschreibung einen Link reinstellen, wo wir alle Flaggen, äh, mal euch selbst angucken können mit Standard und so. Oder einfach den, äh, den Abschnitt vom Forum, den ich gefunden hab. Der ist nämlich sehr, sehr hilfreich und auch auf deutscher Sprache. So, ähm, ich würd gern da rein, aber ich glaube, über, äh, nein, Alter, ihr nicht. Don't do that. Ja, ja, wir lauern alle, wir sind alle böse, wir sind alle böse. Immer diese Verschwörungstheoretiker, bin ich nicht dem geringsten Fan von. So, jetzt sind wir drin, äh, äh, lalala, 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 hm, ein bisschen Verstecken spielen. Kann man sich ja auch verstecken, wenn jemand hier zwischen die Leute durch slitscht, nee, ne? Ui, Leute, wow. Gibt's ne Kameraansicht in... Sekunde kurz. Ähm, äh, äh, Gameplay, äh, ja, glaub ich, äh, ne, Vibration, ja, Vibration ist wohl was, nee, geil. Äh, Jude-Elemente, wo ist denn hier die Steuerung? Kann man doch auch mal einstellen. Steuerung, ach, da, ähm, die pickt blind. Steuerung anpassen. So, gibt's hier ne Ego-Kamera, ähm... Einführung, nur das Waffenkampf, Beine, Hörfasser, 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 Kamera nach oben schwenken, links schwenken, Ziel erfassen. Action-Kamera, LB, der linke Button. Mal gucken. Kamera zentrieren, Karte, Pause. Also der Button hier. Ach, nee. Oh, was zum Teufel. Alter, zieh dir was an, Fetti, du tust den Menschen in den Augen weh. Wow, meine Herren, ey. Man, da macht man ja fast die Mission vergessen. Und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Hm. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah Aldin streitet tapfer für seinen Glauben. Und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Hm. Der ist zwar hässlich, aber so korrupt wirkt der Satz jetzt auf mich nicht. Eure Freundlichkeit. Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren. Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet. Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Ich wünsche mir, von diesem Krieg zu reden und eurer Wolleiterin. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das Heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Hehehehehe. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Hm. Mit Leid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch... Oh, hallo, Madame. Äh, kennen wir uns irgendwoher? Egal. Die Ungläubigen erobern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug. Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird. In der alle Völker Seite an Seite nebeneinander liegen. In Frieden. Die Kamera ist gerade ein bisschen scheiße hier irgendwie. Schade, dass es keiner von euch erlebt wird. Hehehehe. Oha. Der hat dich verlüftet. Tötet jeden, der zu entkommen tut. Mann, wie komm ich denn da hoch? Ich muss den dicken da umbringen und aktuell wirkt da eher so, als hätte er es verdient Warte mal, vielleicht Nö Moment, ja, sieht gut aus Alter Schwede, was geht hier gerade ab, Alter Ups, war das etwa an mich gerichtet? Oh, dann hoffe ich aber nicht für dich Ich habe ihn, er ist hier, seid stehen, ihr könnt nicht entkommen Tschüss Kumpel Wir werden einfach mal versuchen, die Pfeile zu ignorieren und hier irgendwie rüber zu kommen Wow, hier fliegen aber eine ganze Menge Pfeile durch die Gegend Aber ich bin gleich da, hier irgendwo, da ist er Na du Digga, klopps, nicht so schnell wir laufen, wa? Und tschüss Digga Ruht in Frieden, ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt, gab es für einen unbekannten Zweck Ich möchte wissen, wohin es ging und warum Seht mich an, meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache, um mein Gewissen Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Art Scheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren Vielleicht wisst ihr es auch bereits Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen Überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben Ein kleines Übel für das große Gute Wir ähneln uns sehr Nein, wir ähneln uns nicht Ach, aber ich sehe es in euren Augen Ihr zweifelt Ihr könnt uns nicht aufhalten Wir werden die neue Welt erschaffen Er nimmt ja echt ne Fehler Man Lauf doch nicht gegen ne Wand, du Junge So Leute, würde ich sagen Es ist schnell Zeit, sich zu verpieseln Äh, nein, hier ist Wasser Das ist ne ganz schlechte Idee Autsch Mann, du ekelhafter Hau ab Mann, ich muss hier irgendwie raus Autsch Komm, steh auf Komm schon Mann Renn doch mal Hier, wo muss ich hier raus? Einfach springen Alter, wie die alle kribiert sind hier Oh, die Tür ist zu Verdammt Jetzt haben sie mich hier echt eingesperrt Scheiße Warte mal, hier ging es noch raus Irgendwo da Mann, gib mir nochmals den Weg, Alter Fetti, geh weg, Mann Eine Fresse Wieso ist hier überall abgeschlossen? Verdammte Scheiße Och, Menno Ich musste da irgendwo rausgehen Moment, jetzt machen wir es mal so hier Ja, das hilft nichts Schade Och, Menno Ich muss hier irgendwo raus Ich versuch's mal hier Nö Autsch Hauen alle ab, ey Wie soll ich denn hier rauskommen? Wo geht's hier raus? Hilfe Ich fühle mich wie so eine eingesperrte Katze hier irgendwie Hier vielleicht? Wenn es so halt nicht flüchten geht, muss ich halt anders flüchten Das war über die obere Etage, aber Wo ist die obere Etage? Was ist zum Hacker? Wer hat mich denn nun schon wieder gefunden? Oh Mann, Leute Was geht hier ab, Alter? Hilfe Komm ich hier raus? Nö Scheiße Hilfe Nein, toll Hier muss ich doch mal rauskommen Ich bin grad nicht da Kletter doch mal höher Was tust du denn da Denn kletter halt hier höher Ist mir auch egal Mal kletter mal irgendwo nach oben Komm schnell Sovord ich dir Steine an den Kopf schmeißen Okay Oben Oha 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 Wo kann ich hier runterspringen ohne zu krepieren Scheiße Ich muss hier irgendwo runterspringen Okay dann halt so Es geht grad nicht anders So Freunde lasst hoffen dass das funktioniert Okay Und Ja das tut ein bisschen weh aber Hey hältst du aus Verpissen Oh verdammt Das sind noch mehr Hui Ah Gerade rausgedumpt Auf Richtung Heim Schnell weg hier Hilfe Ah der war nice Oh noch mehr Hilfe Wow 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 Ganz schön viele Hab du Psycho Aus dem Weg Schneller weg hier Los renn du fetter Geistlicher du Okay wir sind gleich da Aber ich muss irgendwo mal Unsichtbar werden Büro geschlossen Ja schön Kacke Kacke Da ist ein Dachstuhl Da kann ich rein Komm schon schneller Verdammt Mist Kann doch nicht wahr sein Oh man Steht doch nicht auf Ihr Ekelhaften Oh Hört alle auf Aufzustehen Oh die nerven mich Okay Wieder zurück aufs Dach Da habe ich bessere Quoten Als hier irgendwo In der Bank zu suchen Die alle mal aufstehen Komm schon Gelb 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 Nein Nicht gelb Scheiße Gelb Das kann doch nicht wahr sein Wisst ihr was Ihr habt die Schnauze voll Ihr könnt euch auch umbringen Tschüss du Spasti Mann Stirb doch einfach Du Spacken Du bist ja dein Nächster Mann Hau alle ab Na los Kommt Der Reihrenner Die Schnauze voll Vom Wegrennen Ich hasse Wegrennen Tschüss Kumpel Na Oh Hat aber nicht funktioniert War Na Na Oh Aua Mann da habe ich auch Falsch reagiert Hier Spast da unten Wow verdammt Oh nein Das ist doch jetzt nicht dein Ernst So jetzt schnell Rinder Und abhauen Happn The Flap Mann endlich ist Ruhe Kann ja wohl nicht wahr sein Kann ja wohl nicht wahr sein Viel Zeit verbraucht mit wegrennen So Oh das ist doch ein Witz Wo kommst du denn her Mann Hau Du Spast Ich krepier einfach So jetzt können wir uns noch die Dachteinheiten Mir wat Und jetzt sind wir nur noch einzelne Die kann ich aber auch ausschalten So Da hinten müsste mein Häuschen Lass mal hoffen Dass das jetzt wieder offen ist Ja Danke Hoppala Wubi Safe Die Kunde eures Erfolges kam mir zu oben Abhol Nukuts Tyrannei wurde beendet Schön das zu hören Er tötete sie Die Männer und Frauen auf seinem Fest Es war Gift Die Waffe eines Feiglings Er gab ihnen die Schuld für den Krieg Und sagte er würde ihn beenden Merkwürdig Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür Ein wenig anders zu sein Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns Vielleicht Ihr scheint zu zweifeln Sprecht mit Amualim Er mag eine bessere Erklärung liefern Ja Ich werde hören Was er zu sagen hat Hm Das ist vielleicht eine Idee Also Hoppy Wat läuft hier schief So Attentat beendet Ziel wurde eliminiert Zurück zu allem Wahleben So lass mich raten Jetzt kommt wieder hier Vorspälen Spulen zu aktuellen Ja bitte Swut Denn wir haben keinen Bock zu laufen Die Gegner ablenken Die Soldaten verlassen ihre Brusten Kommt alter ihr Sprecht mit mir Wie ihr wünscht Die Kunde eures Erfolges Ist zu mir gedrungen Ihr habt meinen Dank Und den des Reiches Die Städte von ihren korrupten Führern Zu befreien Wird dem Frieden sicher dienlich sein Seid ihr dessen so sicher? Die Art wie Männer herrschen Spiegelt sich in den Beherrschten wieder Als ihr die Städte von Korruption befreit habt Habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit Unsere Feinde würden widersprechen Was meint ihr? Jeder den ich erschlug Berichtete mir merkwürdige Dinge Sie zeigen keine Reue Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben Auch wenn sie es nicht direkt zugaben Sie standen alle in Verbindung Ich bin ganz sicher Es ist ein Unterschied zwischen dem Was man uns als Wahrheit verkauft Und dem was wir als wahr erkennen Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht So ist es einfacher Aber als Assassine liegt es in eurer Natur Ihn zu bemerken Ihn zu hinterfragen Was ist es das diese Männer verbindet? Ah aber als Assassine ist es eure Pflicht Diese Bedenken zu verwerfen Und eurem Meister zu vertrauen Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung Und Ordnung erfordert Autorität Ihr sprecht den Rätselmeister Ihr empfehlt mir aufmerksam zu sein Und bittet mich dann davon abzusehen Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet Wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht Ihr liest mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen Nun gut Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben Zwei Führer sind noch übrig Geht und sorgt dafür Dass ihre Herrschaft endet Hm Hm Oh eine HP Punkt mehr Schön Rang 5 Änderung Neue Fähigkeit lernen Balance halten und ausweichen Neue Fähigkeit lernen Schwertmeister schaden Sie können im Hof trainieren Äh Äh Was für ein Ding? Balance halten und ausweichen? Was ist das denn? Hm Naja gut Dann trainieren wir mal eine Runde Ach so Wir kriegen unsere Fähigkeiten zurück Der Rest ist ja irgendwie wurscht So Alter Warte mal trainieren hier Na? Alter Mich düngt meine Schüler Verstehen nicht ganz Was es heißt Deine Klinge zu führen Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen Was ihr wisst Du wiederholst dich Kumpel Auje Pfeift jemand Haha So Na 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 nochmal Komm schon Mann Ich drück doch A Und so meine Schüler Sollte ein Mann Käpt'n Hm 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 Messer werfen Konterangriff Kombo Kill Kampf trainieren So Wir bräuchten hier Tutorial verlassen Ja Ihr seid beschäftigt Ich verstehe So Freude in der Gesellschaft Dann würde ich sagen Hm Wir stürzen uns als nächstes Einfach mal nach In ein nächstes Gebiet Sag ich einfach mal Haha Ähm Und ja Wir gucken mal Wo wir rauskommen Ich würde sagen Wir machen als nächstes Jerusalem Nö Machen wir Ah komm Wieder die gleiche Reihenfolge Wie am letzten Mal Und ansonsten Ich denke mal Die Folge ist heute wieder Erstmals vorbei Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wir haben ja gleich schon 15 HP Ich frage mich Wie viele Energiebalken man hier kriegt Ich meine Überlege Spiel So bis auf 20 Kommt man ja mindestens Ist ja schon hart Ich kann mir vorstellen Dass sogar noch Ein bisschen mehr als 20 Dabei rauskommen Vielleicht 25 Naja gut Wir werden es sehen Freunde Wir sehen uns so viel wieder Im nächsten Pub Bis dann Danke euch heute wieder mal Vielmals fürs Zuschauen Und dann bis zum nächsten Mal Also macht's gut Haut rein Tschüss Sikowski Und Ciao